Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner hier bei eurem Tastenhauer im nächsten Waldlager, das wir aufgeschlagen haben. Wir werden jetzt hier die Aufgaben so vollziehen, wie ich sie eingestellt habe. Unter anderem wird dieser tolle Bogen von Kettil wieder repariert. Und ihr seht, das hat alleine schon drei Rohmaterial gekostet. Also Rohmaterial, da wüsste ich gerne eine Möglichkeit, in der Wildnis irgendwie dran zu kommen. Wir stellen außerdem eine Tinktur her oder eine Tinktur, die irgendwie Gifte, gegen Gifte wirkt, entgiftend wirkt. Und wir stellen noch eine Berserker-Tinktur her, die wir, glaube ich, für Gunnar dann ganz gut einsetzen können. Und wir können bis zu 30 Fleisch jagen, da wir jetzt so viele tolle Jäger dabei haben, unter anderem Ava und die anderen, die ich jetzt gelevelt habe, können das teilweise auch. Auch die beiden Fleisch, die wir übrig hatten, pökeln wir dann auch in Rationen um, aber wir müssen alle möglichen Leute jetzt auch damit ernähren. Also wir müssen auch viel jagen, damit wir hier genug Fleisch fürs nächste Mal haben, damit wir wieder uns davon ernähren können, dass die Rationen hier ein bisschen mehr in der Reserve gehalten werden. Gut, Lager aufschlagen. Ja, wir setzen uns mal zu ihm. Kolbjörn war nicht mein Vater. Es folgt eine unangenehm lange Pause. Dann lacht er leise in sich hinein und streicht sich eine Strähne seines brünetten Haares von den Augen. Scheiße, das wird ja noch unangenehmer, als ich dachte. Ich fühle mich, als hätte ich etwas falsch gemacht. Ich heiße Kolbjörnsson, weil Kolbjörn der Mann war, dem ich gehörte, als Helgi mich gefunden hat. Gehörte? Ich und meine Schwester, ja. In den 20 Sommern, die du Kettil bereits kennst, hast du noch nie von einer Schwester gehört. Es scheint, als sei dies eine Nacht der großen Offenbarungen. Meine Schwester hieß Sefa. Das bedeutet ruhig, sanftmütig. Ich kann mich nicht so gut an sie erinnern. Ich war ja noch ganz klein, als wir getrennt wurden. Aber das weißt du ja. Ich kann mich nicht erinnern, wer meine echten Eltern waren oder daran, wie Sefa und ich versklavt wurden. Meine frühsten Erinnerungen stammen von Kolbjörns Hof. Zubereitung des Essens, Arbeit auf dem Feld. Kettil schüttelt müde den Kopf. Das war eine dumme Idee. Manches sollte lieber ungesagt bleiben. Was antworten wir ihm darauf? Ich glaube, wir machen ihm das Angebot, wenn er es uns erzählen will, in Ordnung. Aber er muss es mir nicht erzählen, wenn er es nicht möchte. Vielleicht sind das auch sehr schmerzhafte Erinnerungen. Also, du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Ja, dein Vater kam mit dem Schiff zum Bauernhof. Ich weiß noch, dass Grimulf da war und Holmun und ein paar der anderen Männer. Falls du dich korrekt erinnerst, führte die Reise deines Vaters, von der er Kettil mitgebracht hat, nach Norden bis Akta und dann die Küste hoch nach Rogaland. Dann wäre dieser Hof im Norden an der Westküste. Kolbjörn hat uns immer schlechter und schlechter behandelt. Ich erinnere mich, dass er irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Ein Erwachsenenkram, viel zu kompliziert für einen Achtjährigen. Die Emotionen schwingen in Kettils Stimme mit und er fährt leidenschaftslos fort, als würde er Ereignisse beschreiben, die ihm von jemand anderem geschildert wurde. Ich habe einen dummen Fehler gemacht, vielleicht irgendetwas fallen gelassen und Kolbjörn rastete richtig aus. Ich denke, er hatte große Angst vor deinem Vater, aber er ließ es an mir aus. Er schlug immer und immer wieder auf mich ein. Dann sprang Sefa auf ihn und versuchte, mich von ihm wegzuziehen. Er hob sie hoch und warf sie gegen die Wand. Ich habe nicht richtig gesehen, was danach passierte. Ich hatte Blut, Rotz und Tränen in den Augen. Es gab einen großen Tumult und dann wurde es sehr still. Helgi half mir ganz behutsam auf. Sie führten mich aus dem Hinterausgang, damit ich nicht sehen musste, wie Sefa tot am Boden lag und Kolbjörn daneben mit heraushängenden Eingeweiden. Tja, ich glaube, das tut uns aufrichtig leid, dass du so etwas erleben musstest. Mir auch. Vor allem finde ich es traurig, dass Sefa nicht überlebt hat. Tja, wir könnten jetzt fragen, ob vielleicht mein Vater, also der Vater von Sigurd die Schwester getötet hat, nachdem sie Kolbjörn umgebracht hatte. War es etwa mein Vater, der deine Schwester getötet hat? Nein, Kolbjörn hat sie getötet und deshalb hat Helgi Kolbjörn getötet. Ach so, ist das abgelaufen. Okay. Er fühlte sich offensichtlich verantwortlich für mich. Kolbjörns Weib war schon lange tot, also nahm Helgi mich mitnachts gern und Marni nahm mich auf. Hm, kannst du dich wirklich nicht an deine Eltern erinnern? Es fällt ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Nur die Spur eines Gefühls manchmal, wenn der Wind einen bestimmten Geruch zu mir trägt, schwer zu beschreiben. Ich habe aber etwas, das mich an sie erinnert. Kettil kramt in seinem Rucksack und zieht eine feine Brosche aus vergoldetem Silber hervor, die geformt ist wie ein unvollendeter Kreis. An beiden Enden befinden sich ein vierblättriges Kleeblatt mit einer roten Glaskugel in der Mitte. Du glaubst, du hast sie schon einmal gesehen, aber du hast ihr nie eine besondere Bedeutung zugemessen. Holmund hat sie damals Sefa abgenommen, bevor wir gingen. Hm, das sieht ja piktisch aus, oder? Seit wir hier sind, denke ich das auch immer wieder. Meinst du, das heißt, ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, wir sollten sie vielleicht in Perth ein paar Leuten zeigen, um zu sehen, ob sie eine Reaktion auslöst. Ja, ich würde sagen, wir unterstützen ihn dabei. Vielleicht können wir irgendwie seine Eltern ausfindig machen, selbst wenn sie jetzt nicht leben sollten. Lass es uns tun. Bist du nicht aufgeregt? Sicher aufgeregt und ein bisschen ängstlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das löst natürlich auch Angst aus, dann endlich Gewissheit zu haben. Das beunruhigt ihn natürlich ebenfalls. Oh Mann, was für eine Offenbarung. Kettil stammt vielleicht von piktischen Eltern ab. Mal gucken. Wir bekommen eine Menge Fleisch, ein bisschen Medizin, ein Berserkertonicum und ein Gegenmittel. Sehr schön. Und dann können wir jetzt weiterziehen zum Bauernhof. Und wenn wir nach Perth zurückkehren, dann sollten wir tatsächlich mal ein bisschen herumfragen. Wir haben hier zwei besondere Orte gefunden, zwei erkundete Bereiche. Da gehen wir lang. Das ist ungefähr in der Richtung von McDonnellshof. Dann nehmen wir das mal. Elf Holz finden wir hier noch. Und 18 Holz. Oh, jetzt haben wir wieder richtig viel Holz. Ich glaube, wir können das Anwesen noch nicht ausbauen. Noch drei Tage dauert das. Dann können wir aber auf jeden Fall in acht Stunden zu McDonnellshof reisen. Hier mitten in der Nacht. Hm. Mal gucken. Sollen wir Elf mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Die Jägerin. Jetzt habe ich natürlich die... Moment mal abbrechen. Jetzt habe ich das Inventar nicht ergänzt. Ich würde natürlich auch Elf den guten Bogen geben wollen. Sperr mit geflügelter Spitze. Elf 16, 4, 1,25. Wie vergleicht sich das denn mit Neffia-Sperr? Neffia-Sperr ist doch noch eine Ecke besser. Allerdings braucht sie den auch. Aber sie hat ja... Wir müssten eigentlich noch andere Sperre haben. Gut, aber dann lasst uns mal Kettil diesmal zu Hause bleiben. Vielleicht... Ja, vielleicht geben wir Elf die bessere Rüstung. Aber dann verliert sie wieder einen Bewegungspunkt, ne? Hm. Ach, übrigens. Sephas Halskette von Kettil... ...bedeutet ihm viel. Gibt 5 Schadensreduktionen gegen Fernkampf. Tja, aber das sollte er ja tragen. Das ist ja sein Amulett hier. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall ihm lassen. Das werde ich jetzt nicht tragen. Das... Das fände ich jetzt irgendwie... ...nicht gut. So, wir geben hier den besseren Bogen. Wobei der Kiefernbogen mehr Schaden und mehr Panzer brechend ist. Weniger Crit-Modifikator hat. Das ist ja interessant. Also der Bogen hier macht mehr Schaden. Okay. Dann kann tatsächlich Kettil seinen Bogen erstmal behalten. Gut, dann ist Afe eigentlich ganz gut ausgerüstet. Hat jetzt nicht die riesen Schaden... Nahkampf... Äh, Schadensreduktion, aber das braucht sie auch nicht als unauffällige Frau. Das ist, denke ich mal, okay. Ja, im Körper des Anwenders Gift. Wer wird denn wohl am ehesten vergiftet werden? Das ist natürlich immer schwer vorherzusehen. Was hast du dabei? Eine betäubende Tinktur. Ja, das ist so ein Heilgegenstand. Damit können wir ein Feuer löschen. Vielleicht Morkant. Dass er Gift heilen kann. Aber nur die Wirkung im Körper des Anwenders. Also nur, wenn er vergiftet wird. Das ist so ein bisschen schwierig jetzt einzusetzen. Aber wir nehmen das jetzt trotzdem mal mit. Wir geben Gunnar auch schon mal das Berserkatonicum. Er hat hier Med dabei und nimmt dann noch das Berserkatonicum. Das kann ihm auch sehr, sehr helfen. Wenn wir mal einen richtig starken Gegner mit Sturmangriff angreifen wollen. Denn das erhöht die Stärke unserer Angriffe, die ja eh schon so super stark sind. Ja, das ist doch okay. Gut, das Med. Was macht das Med nochmal? Stärke wird drei Runden lang erhöht. Die hat er ja eigentlich sowieso schon so hoch. Ich glaube, er braucht gar keinen Med. Vielleicht können wir ja sogar die Netzfalle ganz gut. Aber das würde ich fast schon eher ihr mitgeben wollen. Wenn sie da einem Gegner gegenüber steht. So. Boah, haben wir viele Gegenstände inzwischen. Viele Fackeln und so weiter. Alles mögliche an Zeug. Eine Grabblume. Ja, das brauchen wir nicht. Bei Rüstungsöl. Diese ganzen Gegenstände für Rüstungen etc. Rüstungsbalsam. Brauchen wir alles nicht. Ja, dann kriegt sie jetzt Med, weil sie hat ja nicht so viel Stärke. Das kann ihr helfen und das könnte auch Sigurd helfen. Wobei, naja, weiß ich nicht. Dann lassen wir das andere Med mal weg. Sie hat hier noch die Barrikade und eine Fackel dabei. Und den Wurmstab. Genau. Stichwort Speer. Müsste ich mal gerade tauschen, dass wir den Vergleich sehen. Ja klar, der damals 10er Speer ist viel schlechter. Der hat ja auch eine große Beschädigung. Der einfache Speer. Aber die sind alle nicht vergleichbar mit dem, was sie ja hat. Also dieser Speer mit geflügelter Spitze ist schon ziemlich gut. Wenn auch nicht so gut wie der von Nefjan. Genau. Aber das macht ja nichts. Sonst ist das ja eine gute Sekundärwaffe für Ava. Ich nenne sie immer noch Eif, glaube ich manchmal. Aber ich hoffe, das kriege ich wieder raus. Gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, die Ausrüstung soweit gut eingestellt. Ich fühle mich sicher, dass wir hier den Hof betreten können. Denn es könnte kämpferisch werden. Mit einer gewissen großen Wahrscheinlichkeit sogar. Mal schauen. Gut. Dann nehmen wir Ava mit. Wir nehmen Aides mit, die wenigstens zufrieden ist. Wir nehmen Gunnar mit. Und wir nehmen, ja, entweder, ich glaube, Morkant mit und Nefja. Und dann sind wir, glaube ich, ja, dann sind wir gut dabei. Bin mal gespannt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier am Bauernhof erwartet. Und ob wir Cornell tatsächlich hier finden und Kaltram. So, was haben wir hier drüben? Hier hockt schon jemand. Oh Mann, ich bin echt beunruhigt hier. Hier sind schon die ersten Krieger. Stehen bleiben! Gut, wir könnten angreifen. Oder wir könnten sagen, dass wir mit Conal McTague sprechen wollen. Wir sind Diplomat. Warum sollten wir nicht erst mal versuchen, mit ihm zu sprechen? Doch, machen wir. Die Wache wirft ihr einen kurzen, prüfenden Blick zu. Wer von euch ist Skaki? Nefja hat Mühe, ihre Überraschung zu verbergen. Skaki? Der Skaki? Eva schaltet sich ein. Hat das Mädchen nicht gesagt, Conal sei unterwegs, um sich mit irgendwelchen Nordmannen zu treffen? Gunnar tritt vor. Ich bin Skaki. Gunnar wird ebenso beäugt wie du zuvor. Der andere Wachmann murmelt etwas. Daraufhin nickt der Erste. Ei, du entsprichst der Beschreibung. Aber wir waren doch Richtung Osten unterwegs, um dich an der Küste zu treffen. Es gab eine Planänderung. Sicher ist, wer Unerwartetes tut. Da hast du recht. In Ordnung. Ihr könnt reinkommen. Der König hat das Größte der Häuser bezogen. Ach du liebe Zeit. Jetzt schleichen wir hier in das Lager. Und Nefja kennt diesen Skaki. Jetzt würde ich ja gerne mit Nefja darüber sprechen. Kann das natürlich jetzt hier nicht. Ja, dann lasst uns mal hier reingehen. Ich glaube, ich speichere mal schnell. Ich bin mir nicht sicher, was uns jetzt hier erwarten wird. Und hier sind auf jeden Fall einige piktische Leute unterwegs. Oh, was ist denn das? Die Überbleibsel eines Schweins verfaulen auf der Festplatte. Ja, die wurden hier geschlachtet. Oder war das ein Tieropfer? Das könnte sein. Ich habe letztens noch wieder ein Video gelesen von einem, der sich da mit der frühen Sprache dieser ganzen Völker auseinandersetzt. Da habe ich ja schon mal auf ein Video von dem verwiesen. Ich glaube, es ist Simon Roper heißt der. Der ist kein Sprachwissenschaftler, aber archäologisch tätig. Und der interessiert sich da sehr stark für. Und der hat sich so ein bisschen auch mal in einem Video beschäftigt mit so vorchristlichen Weihnachtstraditionen, diesen Julfesten etc., wie sie in Skandinavien getätigt wurden. Aber in anderer Form auch bei den Angelsachsen zum Beispiel. Und auch da gibt es einen schriftlichen Bericht eines christlichen Chronikschreibers, der im Frühmittelalter davon spricht, dass also zu diesem Jul- oder Weihnachtsfest oder wie man sich das vorstellen muss, auch Tieropfer wohl eine Rolle gespielt haben mögen. Mit aller Vorsicht, weil das natürlich nicht beweisbar ist. Aber da gibt es auch etymologische Hinweise von bestimmten Wörtern. Ich erinnere mich daran, er sprach davon, dass im Englischen gibt es ja das Wort Bless oder den Blessing, also den Segen. Und dass das möglicherweise von einem älteren Wort für Opfern, für Tieropfer abstammt, irgendwie blurt oder so. Das gibt es auch im Skandinavischen, steht für Tieropfer etc. Und das könnte quasi zu diesem Blessing abgewandelt worden sein, weil man sich da angeblich mit Blut der Tiere dann eingeschmiert hat, so eine Art Kult praktiziert hat zu diesem Fest. Und das könnte nachher mit diesem Blessing in christlicher Weise einfach fortgesetzt worden sein. Und dass es dann eben möglicherweise um dieses Blessing über geheiligtes Wasser geht etc. Aber ob das wirklich so eine Verknüpfung hat, das ist jetzt natürlich sehr, sehr spekulativ. Aber es könnte gut sein und es gibt so ein paar sprachliche Hinweise, die da eventuell darauf hindeuten, dass das mit Tieropfern zusammenhängt. Ganz spannende Sache, findet man hier auch wieder angedeutet so ein bisschen. So, wer bist du denn, Leon Domnelmec? Du hast diese Männer angelogen. Wie bitte? Du hast ihnen erzählt, dieser andere Wikinger hätte euch geschickt, der, den sie vor ein paar Tagen getroffen haben. Woher weißt du das? Dieser Wikinger hat ebenfalls hier übernachtet und ich hatte viel Zeit, mir alle seine Begleiter anzusehen, während sie meine Speisen gegessen und mein Bier getrunken haben. Du warst keiner von ihnen. Ja, wenn du Probleme machst, werden wir dich als erstes töten. Das ist natürlich eine leere Drohung. Er könnte jetzt ja direkt Alarm schlagen, hat er aber noch nicht gemacht. Also sind wir mal freundlich zu ihm in Anführungsstrichen und fragen mal danach, was sein Schweigen denn wohl kosten wird. Ich will dein Geld nicht, ihr verfluchten Wikinger glaubt wohl, ihr könntet einfach. Er scheint sich zu bremsen und hält die Klappe. Du bist gekommen, ihn zu töten. Habe ich recht? Kann mir nicht vorstellen, dass deinesgleichen wegen weniger als Auftragsmord hier aufkreuzen würde. Konstantin schickt euch also. Was geht dich das an? Ist ein guter Mann, guter König, besser als Cornell, das ist sicher. Hoffentlich seid ihr erfolgreich. Okay, er unterstützt unsere Sache sehr gut. Versteh mich nicht falsch, ich gehe davon aus, dass ihr erfolgreich zum Opfer der Wachen werdet, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Diese Schweine sind jetzt schon fast zwei Wochen hier. Wobei dieser Vergleich eigentlich der Gattung der Schweine gegenüber eine Beleidigung ist. Schweine schenken uns immerhin Schweinefleisch. Dieses elende Gesindel tut jedoch nichts anderes, als mein ganzes Bier wegzusaufen. Warum glaubst du, dass wir getötet werden? Das ist Cornell McTague da drin. Er ist kein Narr. Er wird dich sofort durchschauen. Falls seine Männer euch nicht töten, tötet ihr ihn. Aber dann wird die Hölle los sein. Wenn ihr hier draußen ankommt, werden bereits alle hinter euch her sein. Hast du gerade davon gesprochen, dass du diesen Kerlen Bier servierst? Er wirft dir einen misstrauischen Blick zu. Ei. Aber nicht freiwillig. Das kannst du mir glauben. Die plündern mich völlig aus, seit sie hier sind. Natürlich nicht im kriminellen Sinne. Cornell ist ja schließlich der König und so. Aber für mich kommt es auf dasselbe raus. Mein Bier isst alle und meine Familie hungert. Tja, wir haben ja zufällig Gift bei uns. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber wenn sich Sigurd gerade daran erinnert, warum denn nicht die Wachen vergiften? Der Farmer zieht unbewusst den Kopf ein und blickt verstohlen um sich. Ei. Wenn du etwas davon in das Bier träufelst, das du ihm servierst, wirst du ihn sehr schnell los sein. Er reibt sich das Kinn und wägt das Für und Wider dieser kleinen Idee ab. Oh, ei. Dein Plan hat leider zwei Haken. Das erste Problem ist, dass Cornels Männer alle meine Fässer in ihr Lager gebracht haben und zwei Petzen sie dort bewachen. Wenn dein Plan funktionieren soll, musst du sie ablenken, während ich das Bier vergifte. Das zweite Problem ist folgendes. Wenn ich Cornel McTague vergifte und ihr euch einfach aus dem Staub macht, töten mich seine Männer, sobald sie ihn finden. Hm. Nö, da kümmere ich mich dann darum. Nur damit ich das richtig verstehe. Du gibst mir das Gift. Ich verabreiche es Cornel und seinen Männern. Äh, seinen Mann. Wenn er tot ist, gebe ich dir ein Zeichen und ihr tötet dann alle hier draußen. Stellst du dir das so in etwa vor? Ja, so stelle ich mir das in etwa vor. Das klingt machbar. Er mustert dich erneut. Ich muss den Verstand verloren haben, aber... Ich bin dabei. Okay, wir geben ihm fünf Gift. Hier, sei vorsichtig. Gut, mit verstohlenem Blick nimmt er das Gift an und versteckt es unter seinem Hemd. Gut, jetzt musst du eine Möglichkeit finden, die Trottel, die die Fässer bewachen, irgendwie abzulenken. Oh, liebe Leute, wir haben es uns, glaube ich, gerade einfacher gemacht. Hier erfolgreich zu sein. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich die Folge schon mal beenden. Etwas kürzer wie die anderen Folgen, aber ich muss auch ein bisschen auf die Folgenlänge achten. Also, beim nächsten Mal lenken wir die Wachen ab und dann können wir vielleicht Cornel vergiften, ohne dass wir ihn im Kampf besiegen müssen. Nicht sehr ehrenhaft, aber ganz ehrlich, warum sollen wir uns die Mühe machen, wenn wir dieses Gift haben und es viel einfacher erledigen können? Das machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.